Naldo wechselt von Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zum französischen Vizemeister AS Monaco. Das teilte Schalke 04 am Donnerstag mit. Der 36-jährige Innenverteidiger erhält beim Ligue 1-Club einen Vertrag bis 2020. Die Ablösesumme soll laut Medienangaben bei 1,2 Millionen Euro liegen. Mit dem Wechsel entscheidet sich Naldo, der erst im Oktober seinen Vertrag beim Vizemeister verlängerte, nach 13 Jahren die Bundesliga zu verlassen.